Hallo, im Kapitel Zahlensysteme rechnen wir nun Hexadezimalzahlen, der Basis 16, in Dezimalzahlen, der Basis 10 um. Wichtig ist hier, dass man beim Hexadezimalen nicht vergisst, dass die Buchstaben a bis f Zahlenwerte bedeuten. a ist 10, b ist 11, c ist 12, d ist 13, e 14 und f 15. Wenn wir nun eine beliebige Hexadezimalzahl nehmen, 9, 6, und wollen diese ins Dezimale umrechnen. Das Schema funktioniert so, 9 mal 16 plus 6 mal 16, immer die Basis des Ausgangssystems. Die Potenzen zählen wir von hinten weg, 0, 1. In unserem Fall wäre das 9 mal 16 hoch 1 ist 16, plus 6 mal 16 hoch 0 ist 1. 9 mal 16 hoch 1 ist 144, plus 6 mal 1 ist 6, das wären 150. 9, 6, Hexadezimal, bis 150, Dezimal. Wäre die Zahl Alternative a6 gewesen, die Hexadezimalzahl, dann müssten wir a ersetzen durch 10, wie in unserer Tabelle, 10 mal 16, plus 6 mal 16. 10 mal 16 hoch 0 ist 16, plus 6 mal 16 hoch 0 ist 1, 160, plus 6, 166. A6 Hexadezimal wäre 166 Dezimal.